Ähm, ja, hallo, herzlich willkommen zu dem Let's Flash von Sikofilchens und zwar 2 Joker of Eats the World, das hab ich empfohlen bekommen und wird so, das heißt, herunterladen auf der Seite hier, ich fang einfach mal im Spiel an. Geburtsprünge ist in den Skinfret zu schalten, okay? Ah, du hast es geschafft. Hervorragend. Ich werte, du fragst dich, weshalb ich dich hergebitten habe. Die Antwort ist ziemlich einfach. Ich habe ein kleines Geschenk für dich, das ich kürzlich von einem Ausflug mitgebracht habe. Rätst du, was es ist? Nein, natürlich nicht. Aber was bin ich für ein Vers gebe? Entspann dich, erst einen Moment, wärme dich im Feuer auf und lass mich dich für meinen kleinen Ohr abröckelzern. Nein, zeige sich in einem fernen, schulderhaften Land. Wie geil, einfach Joker of hier sitzend, äh, Kogma und hier Gentleman-Joker-Skin. So, so, spiele. Was musst du denn machen? Ach so. Oh, ja. Lass mich. Alter, lass es. Boah, soll die den Behinderung? Ach so. Lass mich. Boah, wie behindert. Lass mich. Aua. Wie geil ist das denn? Euer Bestein-Kill. Tschüss. Das Spiel kommt mir bekannt vor. Das Spiel kommt mir sehr bekannt vor. Das habe ich auch mal gespielt. Alter. Jot. Alter, wie geht das? Ja. 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 Alles klar. Als meine Weisung trete, hält dich unbezüglich fest, wie christlich das Leben der einheimischen. Aber, es gibt ein altes tolles Leben, wenn man das besagt. Hoare, alles fressen, weise Worte. Es gab schon mal sowas. Lass alle. Es gab schon mal sowas ähnliches. Ach du Scheiße, Mann. Können hier eiskalt verregnen. Was ist das denn? Aua. Gary. Ey, Timo. Komm, Timo. Ich habe Timo getötet. Mama, Mama. Nein. Okay, ich sterbe gleich. Ich jetzt, komm. Okay. Boah. Nein. Ach, fahr ich noch von neu an. Ah, nee. Das reicht erst mal. Ich... Ist so gescheiße. Ich werde das Spiel verlinken. Und ja, ich sage erst mal... Tschüss uns. Bis demnächst. Das ist so krank einfach. Ich sage, 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 ich sage